Gitarre Im Rahmen des Musiksommers wurde heuer zum ersten Mal ein Gitarrenkonzert veranstaltet. Unter dem Titel Gitarissimo traten acht namhafte Gitarristen aus dem Hausrug auf. Wie sind Sie zur Gitarre gekommen? Ich spiele eigentlich schon seit 10 oder 11 Jahren Gitarre und habe begonnen in der Musikschule in Graskirchen. Wie, glaube ich, einige heute Abend. Das hat sich dann irgendwie so fortgesetzt und ich habe von Anfang an einfach dieses Instrument geliebt. Wir sind beide Studienkollegen, wir haben beide in Linz am Konservatorium studiert. Der Stefan war dann kurz einmal in Wien und ist dann wieder zurückgekommen. Dann hat uns unser Lehrer sozusagen eingeladen, einmal das zu zweit zu versuchen. Und seither machen wir das. Und macht auch Spaß, weil man einfach wirklich nicht als Solist herumtingelt, sondern einfach immer, wenn es zum Reden hat. Bei diesem Konzert legten die Musiker großen Wert darauf, viele Stile des 20. Jahrhunderts bunt gemischt zu präsentieren. Von Rock bis Flamenco ist auf der Gitarre alles möglich. Wir versuchen in erster Linie eher in der modernen Musik zu bleiben, wobei wir aber von schräger modernen, wirklich hörbar modernen Musik bis zur eher folkloristisch angehauchten Musik alles Mögliche drinnen haben. Also wir haben eben einen Schwerpunkt wie heute, die brasilianische Musik. Von den verschiedenen Stilen, die da heute präsentiert werden, haben Sie da irgendeinen Favoriten? Eher Rock und Blues. Also das, was zum Beispiel auch jetzt gerade performt worden ist von Red Hot Chili Peppers, das gefällt mir sehr gut. Und ja, auch das, was der Herr Lindenbauer spielt, der Fingerstyle ist auch sehr interessant. Also die verschiedenen Stile, das trifft es eigentlich ganz. Also die Gitarre ist also ein äußerst komplexes Instrument. Die Musiker präsentierten ihre Instrumente mit Witz, Gefühl und Kreativität. Sie zeigten, dass sie mit und für die Musik leben. Ich lebe von der Musik, ja. Ja, Musik ist mein Job, mein Hobby. Es ist alles, Musik ist mein Leben, kann man sagen. Biene, merkt man auf der Bühne so eine Leidenschaft mit der Gitarre, stimmt das? Ja, schon, ja. Ich spiele gern Gitarre, kann man sagen. Aber ich improvisiere sehr gern. Das hat man eh gehört. Ich habe nur so Vorgaben und spiele dann einfach drauf los und schaue, was passiert. Und es war ein bisschen anders wahrscheinlich als bei den Rest halt, weil es mehr Gitarre ist, also mehr komponierte Musik. Und ich habe ein eigenes Stück gespielt. Was bedeutet die Gitarre für Sie? Warum haben Sie ausgerechnet Gitarre gelernt? Ah ja, das war eine Jugendliebe. Das war ein Rausch mit 14. Und da wollte ich dann einfach Gitarre studieren. Und das habe ich dann irgendwie geschafft, das Ganze, und bin ich Gitarrist geworden. Mit Musikstücken, zum Beispiel von Jimi Hendrix oder den Red Hot Chili Peppers, sprachen die Gitarristen auch das junge Publikum an. Begeistert waren die Besucher aber auch von den Eigenkompositionen. Spricht die Gitarrenabenteuer heute ein jüngeres Publikum an? Wie gefällt es dir? Also, das ist auf jeden Fall genial. Also, ich bin ein Fan von der ganzen Bandbreite und ich muss sagen, was man jetzt gesehen hat bisher, also gehört hat, das war ein Wahnsinn. Ja, mir gefällt das ganz gut nach einem stressigen Samstag. Ist das eigentlich ganz ein guter, eine ganz gute Entspannung und Ausgleich. Ich bin ein großer Freund von Gitarrenmusik und bin selber Gitarrenspieler und habe richtig Freude, wir gelesen, ob das so so ein Fanstattung gibt. Und ich muss sagen, echt toll. Wirklich klasse. Das nächste Konzert des Musiksommers findet ebenfalls im Schloss Parz statt. Am Ostermontag steht ein Martinet mit Wolfgang Amade auf dem Programm. Am Ostermontag steht ein Martinet mit Wolfgang Amade. Am Ostermontag steht ein Martinet mit Wolfgang Amade.